Ja, die Kamera ist jetzt an, also wir bereiten uns für ein neues Video vor und haben gerade mega Spaß. Anna, du hübsst auch, ja? Habe ich schon angemacht? Ist schon an, ja. Soll ich nochmal draufdrücken? Nimm dieses, nimm den Kwarzen. Nein. Nimm diese Toppflanze. Okay, also, Anna läuft mir jetzt hinterher und ich hab Angst. Was macht er? Er muss ja, er ist der Reiche. Er ist der Reiche, er ist der Reiche. Pass auf, man darf mich noch nicht sehen. Das ist jetzt Kunst. Wie sollen wir da vorbei? Legt dich mal ein bisschen mittiger bitte. Ja, das ist jetzt Kunst. Legt dich mal ein bisschen mittiger. Komm mal, steh hier rüber. Wir müssen an hier vorbei, jetzt ist ja das Problem. Leitere Wonsai. Der ist immer fähig. Also, irgendwie müssen wir auch fähig. Entschuldigung. Nee, Björnab ist so reich. Björnab ist so reich. Der Urteil ist alles so. Das war ein Wonsai, also vergiss du es einfach. So. Das ist jetzt, das ist jetzt... Er symbolisiert das neue Leben. Ich hab auch Gefühle. Er symbolisiert das neue Leben und wir machen jetzt eine Story. Pass auf. Warte mal, ich freue mich. Das ist jetzt Kunst. Oh, das ist jetzt. So, lass uns kurz Vorsprung, ja? Was für ein Krieg machen wir hier jetzt? Ein lustiges Video. Pass auf. Wäre einfach so. Oh nein, bitte. Das für ein Schild riecht. Nein. Nein. Nein, hier. Nein. Ich krieg's nicht. Was? Nein. Nein, hier. Nein, hier. Nein, 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 bitte. Ah, sie ist weg. Sie ist weg. Jetzt symbolisier ich nochmal das Leben. Pass auf. Ah, das ist nicht. Ah, das ist Leben. Es ist das Leben. So, Kunstprojekt. Jetzt will ich überhaupt mal die Aufnahmen sehen. Oh Gott. Kannst, mein Gott war... Oh, das Eischreis, Alter. Dion hat nicht gefilmt. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht.